Dürfen Frauen überhaupt Vorträge und so weiter anschauen, wo ein fremder Mann zu sehen ist, müssen sie nicht auch ihre Blicke senken. Na, die Sache ist ja so, dass ein Mann nicht eine fremde Frau anschauen darf, wenn er das nicht mit dem ersten Blick macht. Der erste Blick ist erlaubt. Das bedeutet, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Ali radiallahu alaihi wa sallam gesagt hat, lasst nach dem ersten Blick nicht einen zweiten Blick folgen. Das heißt, der erste Blick ist was? Halal. Aber wie lange dauert der erste Blick nicht fünf Minuten? Das heißt, du guckst einmal und das war's. Sobald du anfängst mit Schahwa zu gucken, mit Begierde, ist das nicht mehr der erste Blick. Auch wenn du kleben geblieben bist mit den Auferen. Das ist nicht mehr der erste Blick. Daher, das gilt für die Männer und für die Frauen. Allah azzawajal sagt, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَرُدُّوا مِنْ أَبِصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Sagt den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Und genau dasselbe auch für die Frauen. Daher ist das für beide verboten. Für die Männer und für die Frauen. Und das Beste ist, dass man diese MP4 oder drei Vorträge hören kann. Da, wo man nicht unbedingt das Video sehen muss.